Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Primo Global Spinning, der Drückmaschinenblog von Abacus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Guido von der Abacus Maschinenbau GmbH in Osnabrück. Metall drücken, wie geht das? Also wie wird aus einem Metallblech ein fertiges Drückteil? Dazu braucht man natürlich zuerst einmal eine gute Drückmaschine. Zum Beispiel eine Primo 600, die kleinste Drückmaschine von Abacus. Dazu brauchen wir noch eine sogenannte Ronde. Diese kann aus ganz verschiedenen Metallen bestehen. Wir legen die Ronde auf die Drückform in die Maschine ein und schon geht's los. Der Reitstock schließt sich und die Maschine beginnt mit der Arbeit. Früher wurde das Ganze auf einfache Drückbänken mit einem Drückstab gemacht. Das war ganz schön anstrengend. Heute werden in CNC-gesteuerten Drückmaschinen Handbedienteile eingesetzt. Hiermit steuern wir beim Einlernen mit minimaler körperlicher Anstrengung die Drückrolle. Ein weiterer wichtiger Unterschied zu früher ist die einfache Duplizierbarkeit. Damals war es für den Metalldrücker eine große Herausforderung, alle Werkstücke gleichmäßig zu drücken. Mit einer Primo-Drückmaschine lernt der Metalldrücker das Produkt ganz präzise ein und die Maschine kann jedes weitere Drückteil genau gleich herstellen. Damit das Drückteil seine gewünschte Endform bekommt, können noch viele Bearbeitungsschritte, wie zum Beispiel das Beschneiden, Randhochstellen, Bördeln oder vieles mehr auf der Maschine gemacht werden. Ihr seht, mit uns geht das. In der nächsten Ausgabe mehr über die verschiedenen Größen der Drückmaschine. Und bis dahin, fühlt euch gedrückt! Untertitelung des ZDF, 2020